Guten Morgen! Ich dachte, das Schatzi ist da. Na? Geht's dir gut? Carla, guck mal. Carla, kein Bock? Carla, ich kann hier nicht so lange sitzen. Ach, wieder zu den Erdnüssen, ne? Ja, die macht's sowieso nicht, was sie will. Ja, sie macht's eigentlich nie. Keine Ahnung, warum sie's jetzt tut. Das macht sie ja eigentlich gar nicht. Nee. Komm, eh so. Du weißt, dass die Meisen die lieben. Sollst du die wegmümmeln? Sag mal, Carla, wo sind eigentlich alle anderen hin, ne? Alle sind verschwunden. Ja. 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 Ja.